Nolan Booth Der zweitmeist gesuchte Kunstdieb der Welt Special Agent John Hartley FBI Hi Leute! Wie haben Sie mich gefunden? Sie haben William Stranks Dame mit rotem Hut aus der Tate gestohlen. Sie können nicht beweisen, dass ich das war. Das habe ich auf Etsy gekauft. Ich möchte, dass wir zusammen den meistgesuchten Kunstdieb der Welt fangen. Den Läufer. Willkommen, Jungs. Es freut mich, Sie endlich kennenlernen zu dürfen. Sie hat mich benutzt. Reingelegt. Nur noch einige clevere Tastenanschläge und Puff. Bye-bye, Agent John Hartley. Sie wägt Leopatras Eierstäben. Sie sind unbezahlbar. Wenn wir sie gemeinsam fangen, dann ich meinen Namen reinwaschen und du bist wieder der beste Kunstdieb der Welt. Lieb's mit deinem Nacken. Falls wir wirklich Partner werden, hätten wir trotzdem nur ein Gehirn. Wie ist der Plan, du Blöder? Siehst du? Easy peasy. Ei, 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 ei. Ihr müsst die zwei dümmsten Männer der Welt sein. Sie sehen furchtbar aus. Wie läuft es denn so mit Ihrem Kompliz? Fünf-Sekunden-Regel. Das ist meistens meine Zwecke, ja. Ich will die Scheidung und ich behalte die Kinder. Willst du mich verarschen? Was? Das ist schwer! Sie versuchen, mich zu überlisten. Ganz genau. Werden Sie nicht gut unterhalten? Eine letzte Sache sollten Sie noch wissen. Einem Dieb zu vertrauen kann gefährlich sein. Oh, was für eine Schei! Ich bin die Hülle! Bis zum nächsten Mal. Das war's von Kそして Dress. Vielen Dank.